Das Goldschmidt-Programm 2020 hat mir das nötige Werkzeug und den Mut für die Zukunft gegeben. Das Goldschmidt-Programm hat mir vor allem eine sehr liebgewonnene und unermesslich hilfreiche Gruppe Kolleginnen und Freundinnen geschenkt, mit denen ich bis heute in regem Ausland stehe. Für mich war das Goldschmidt-Programm 2005 der große Türöffner in den Übersetzerinnen-Beruf. Während unseres Aufenthalts in Paris bin ich auf das Buch Fieber von Leslie Kaplan gestoßen und als es dann weiter nach Berlin ging, konnte ich das Buch tatsächlich bei einem Verlag unterbringen. Ein Jahr später wurde mir dann für diese Übersetzung der André-Gig-Preis verliehen. In der intensiven Werkstattarbeit waren vor allem die Verlagsbesuche in Frankreich, Deutschland und der Schweiz besonders wertvoll, weil dann hat man schon mal die Möglichkeit, Verlegerinnen und Lektorinnen, sein Übersetzungsprojekt persönlich vorzustellen und Einblicke in deren verlegerische Arbeit zu bekommen. Das deutsch-französische Austauschprogramm für junge Literaturübersetzer, wie es 2004 noch hieß, hat mich in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen gebracht, die bis heute nicht nur beruflich wichtige Verbündete sind. Es waren die schönsten und die nachhaltigsten Wochen der ersten zehn Berufsjahre. .